Alessandro Delt, das könnte einfach der Wahnsinn! Sie haben sich eine Menge vorgenommen und sie haben es rückzockt umgesetzt. Da ist die Führung und der Spieler sorgt dafür, dass seine Mannschaft jetzt mit breiter Brust das Spiel bestaltet. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion Ein Sensationsabschluss Super kontrolliert und total